die okay und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von super smash war aus vorliegen mein Name ist lockerzeit und ja und wird es zweit unterwegs wie üblich na ja fast wie üblich eigentlich die Witz 3,4 Folgen schon ja von smash auf jeden Fall na gut heute geht es nämlich um einen Essenskampf oder Kampf um es ist und leicht ja wir spielen mit Kirby und Dr. Didi König Didi doch ja das war schon wieder ein Doktor Mario ja den entspiesst du gern das ist ein einfacher Charakter ja was der Mario sagt genau ja kurz mal einsteigen ja nur noch ein bisschen schaden und nach vorne roten Flächen gewöhnt ist natürlich überhundert das war das Wort leidlich und selbst was er hat er hat er hat er die Führung geworfen die Führung er hat er hat er hat es muss in der Welt er ist jetzt nicht mehr so und dann noch Prozent Gute Idee. Auf einmal. Ich sollte nicht mehr kommen. Hey, gibt es doch einen Gegner, den ich kein Kopieren will, oder? Ja, schön. Nein, Barrio. Nein, Barrio ist nicht die Kürze. Das war jetzt so. Ja, kümmern wir uns. Wie ist ja Zeitbegrenzung von meinem? Wo haben wir Zeitbegrenzung? Bist du direkt tot? Ja, sofern wir über 100 Schaden weggehen. Okay, wir werden jetzt über essen. Warte, jetzt sollen wir einen Rechnen reinigen. Was? Das Wölkische Forst wieder nach oben werfen, ist ja frechlich. Oh. Ich will den Jomo, aber ich habe Angst. Hm. 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 Ah, deswegen was kommt von zu essen. Hm. Und zack. Ah, sauber, du bist ja. Ach, hör, wie vor der Wind. Das war nicht mein Traut, der Gott. Ich weiß nicht, oh, was ich da jetzt gar nicht gemacht habe. Aber ich glaube, wir haben das Essen verteilt. Ja. Und die Linie ist fertig. Was war eigentlich das? Inher 60 Sekunden. Weck mal. Zeigen aus. Ja. Okay, die ist da, ne? Zeitreise. Okay. Wie ist das? 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 Mal schauen, wir starten mal. Wie ist das? Wie ist das? Wie geht das? Wie ist das? Was? Ähm. Was? Was? nicht er hat sich um mit dem das ist das mit 6 das war der Kresser er hat er das so auch nicht das ist jetzt und er hat sich jetzt in den Augenblick der Morte sich in die ersten die 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 Ok, komm! Ich bleibe doch sehr erklärlich! Gibt's denn noch? Perfix! Ich verhübe ich dabei schon, Mario! Ja, super! Eine Minute, 8! 10 Sekunden! Ja, 60 Sekunden! Ja, das war eigentlich noch! Wie erhören Sie aus, genau! Und? Schön! Ah, super! Ja, schau dir das an! Okay! Also, Sprungergen von der Glashire bis zur Belohnung war? Ja, ja, auch nicht mehr. Sie sehen, also auch leicht geht es Ihnen. Also... Na, da mal! Mach mal schon, oder? Ja, ganz gering! Ja, ganz gering! Bereit, los! Schau, das ist selbstwirkend jetzt so! Ja, das ist nicht nur so! Mache! genuinely! Oho! Nez! Also... mit dem Bauern die Lüge er hat er er geht es er ist fertig das war nicht das ist jetzt vollgas voraus bestehende Ersatz der Wettkampf der schnellsten Rennfahrer allerzeit das ist bloß nicht abhängen jetzt sagen sie um Kappen Fakon okay und das ist gut das ist ein ab wir haben sie heute bald ist ein weiteres wo man schnell ist die Schildkirche und mehr um Lärmets auch gut mit der Sonne mit dem Stoßdorf Ich verstehe. Ja, Bombe! Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. Oh, 25. Wie viel? Ja, 25. Wirklich? Ja. Also, wir haben es nicht geschafft. Wir wissen schon. Ja, ein Ticket! Ja, das ist ein Pfeilmischinger. Ja, das ist ein Pfeilmischinger. Gleich noch mal. Gleich noch mal. Aber wir müssen uns eh nur auf Normal-Show vor Sebastian zu sehen. Ja, ja. Auf einmal. Das ist wirklich ein bisschen schnell. Ja, up to speed, gell. Das ist ein Büro. Ja, was da gibt's noch? Ja, ich hab' auch schon mal gehört. Ja, nein. Das würde ich sagen... Ja, das ist ja so ein bisschen... Ja, das ist nicht so Schmerz. Lern auf jeden Fall bei der Brunnen und immer noch unten Röntgen und so schaust du nicht aus sie natürlich ist gut im Bild des Röhrer Euro reichst auch auf den Schiener das ist ja nochmals aus und zu sehen und müssen dann noch was das ist es ist es ist es nur noch an der Finsen so alle und als sollten uns egal sein zumindest ich so schön so ist es eben wieder er ist in der Zeit der Dunkel müssen ja auch bei einer Zeit er hat sie eine Runde starb worden wo er es nicht vor Ort aber kommt dann wird wird Ich bin weg. Ich bin weg. Das ist schnell, oder? Ja, sehr schnell, oder? Hey! Sie haben uns zu schneller als 25 Sekunden besiegt, oder? Oder 30 Sekunden. Traurig, aber mal. Sollen Sie jetzt eine Belohnung? Wie weißt du? Das haben wir gerne doch gesehen. Gerne an. Das läuft doch nicht. Oh, ich habe einen Schaden zu picken. Oh, wir brauchen noch ein Killer. Das ist gerade an uns. Oh, der war eben gut gespielt. Boah, verrückten Gott greift noch mal. Oh Gott, mit der Zeit schaut es ja schon schlecht aus. Also... Doch, nix. Aber es ist ein fettes Schwert. Ja, Wahnsinn, hier. Juhu! Okay, mit dem Heinekirchen. Hundling! Ich bin ja fast. Ah, okay! Vielleicht zirft man doch schon ziemlich gut. Kannst du das beste? Ich finde das beste. Warte. Ach, sa! Oh, aber geht's noch. Das ist gut, deinem. Wau! Ich bin doch. Du auch. Du auch. Prost. Nneee, ich habe mir noch 3 Schaden. Ich habe noch 3 Schaden. Na, bye bye. Next, next der Eic. Nein, das war ja gerne. Das schon mal. Aber ich habe noch einen schneller Charakter. Ich bin ja theoretisch. Ich bin ja theoretisch. Theoretisch. Hast du wie viel Trainerin? Sehr versichert gezeigt. Hast du wie viel Trainerin? Oder Trainerin? Oder Trainerin? Oh, das ist doch. Left. Ah, das ist ja nicht so gut. Boah. Ich habe noch einen Föder. Ah. Den. Na gut. So. Oh, das ist gut dahin geworden. Wie lange haben wir es geschafft? Ähm, zu lange. Ich muss nur noch Zeit machen. Das ist ja normal. Jetzt. Jetzt. Wir schon. Das ist besser. Ja. Also, ich glaube es schwer ist. Ja, fast unmöglich. Natürlich ist es möglich, sowas nur. Aber. Über den? Ich weiß. Ich weiß. Ich schaue Gott, dass sie gerne irgendwie da gehen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wir haben alles gekönt, das ist ein bisschen besser geworden. Wir haben immer noch ein bisschen Kontrollertausch, das ist so besser geworden. er hat also sie in der sich auf 100 Prozent der Moment war nicht schön wie das Ziel wir uns haben auf die Uhr 15 okay dann macht man 500 heute ausnahmsweise bis zu den Feenland mit links und und herrschen und die erliebt an sich oder mehr gehen ach so dies hat sich mehr zu spieler so geben müssen ja die Wichter Zeitung übernehmen und es geht und nebenbei Kinder ausnehmen Sorge in der Mischung sind nicht mehr zu gehen also los dort Kampfer für ein Sohn oder Haha, ja, ja, schau dich mal, da sind 3 Linken oder jetzt, wie cool ist das? Haha, wieso habe ich so viel Schaden genommen? Ich habe es vergessen Bist du schon weg? Nein, ich glaube noch Also wenn wir nichts mit überleben, dann ist es so etwas scheiße Oder wenn es nicht weitergeht Ah, sieh? Ich bin schon weg Ist ja ganz wichtig Ja Mann, das war cool, hier So Kirby Smash es doch Ah, da ist Ja, nicht nur Ich bin schon weg Ich bin schon weg Oh, ich bin schon weg Oh, verdammt Einmal kommt sie ohne Die rechts ist super Scheiße Warum habe ich jetzt schon wieder so viel Schaden? Oh, das ist kalt Ups Haha Schaut auch witzig aus Haha, ich dachte, ich höre wie er ist der klein Ok A A Billy Menschen Ich glaube Ich glaube, nhiß war das Problem Also, schau mal wir haben alles gemacht. Schauen wir mal. Ja, ja, das geht. Also, zack. Jetzt war es Killed. Warum? Wo haben wir Killed? Wie war's der Killed-Skiller? Leider. Was ist das? Wo bin ich? Ah, fack. Da liegt ja viel. Aber wir können so eine Lässe durch. Ah. Mehr viel braucht das Land. Du sollst da nicht. Nö. Ah, nice, Kampus. Mach du mir. Das so. Ah, Mann. Ugo. Tod. Was ist das so gesehen? 171, oder? Was? Von vorne nicht. Ja. Nur blockt. Dann plötzlich. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Das war's. Ja. 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 Nein. Ich bin bloß. Du hat nicht gefolgt. Dankeschön. Das war's. Du hast dir Fee. Wegen du hast denn auch Fee in der Hand? Ah, schade, mal. Das macht mein Fee geklaut. Das hat mein Fee geklaut. Das hat mein Fee geklaut. Oh, schau' sie. von der Siebze in der Existenz vor allem nachletzt wird zu tun war also aber die ist das aber nicht nur so losgeschaut aber es ist auch immer so ein Ecklöscher also die Töten auch abgeholt ist was jetzt und das ist so gut der ist ein Job und da das ist sagte und Prozent das war drei Kirsten er hat sich auch wenn sie das ist er war das ist ein Schaum das gilt für so ein 20er denn um johol das stelle ich mir haben was die zu bezüglich von johol wir sind das an ob man so aber es haben wir fünf missionen bisher war es zu tun es ist es war das Kampf ums Essen Zeitreise weil das Vorausgehen Bilder und Besuch in Sehnen und nächstes Mal mehr machen ja wahrscheinlich mal etwas anderes als wir müssen wollen so ein bisschen also dann wir sehen uns dann wenn nicht es